Da oder da? Oder Retailer? Okay, antwortet mir halt nicht. Call is Call. Ich hab gefragt, da oder da? Call is Call. Ja. Dein erstes Star hat gezählt. Gut, dass du schon aufrichtst, ey. Ey, was? Ich hab alles richtig gemacht. Ja. Ja. Ich bin Sport hier und ich bin beleidigt. Also, Shiki, wundere dich nicht, wenn du sofort stirbst, ne? Das ist uns heute schon häufig passiert. Dass ich zuerst gestorben bin. Nein. Dass wir direkt sterben. Wollen das ganze Team, so instant, so. Ja, mir ist ja keiner runtergekommen. Also, wir werden ja auf jeden Fall erstmal leben. Und außerdem hattet ihr noch nicht so'n geilen Dude wie mich dabei. Da wird schon... Da wird schon zwei Minis. Ich hab auch einen. Und ich hätt... ...ne Popler-Acker abziehen. Warum schießt hier einer? Ist hier wirklich mehr runtergekommen? Äh. Ich hab mir einen Revolver geschossen. Thomas, bist du schon tot? Nein. Thomas ist tot. Ich frag... Ich dachte, ich frag besser nach. Nicht, dass du einfach so stirbst und ich krieg dir das nicht mit. Äh. Weil du ja immer am Anfang stirbst. Nein. Thomas, bist du tot? Warum schießt du? Weil ich Bock hab. Ich glaub, Thomas ist tot. Alter. Deswegen darf der auch nicht mehr reden. Darf ich wohl heutzutage nicht mehr schießen. Und jetzt nur noch Leute töten mit, indem ich baue. Ja. Du musst dir am Baden und dann müssen sie dir hinterher nehmen. Ich hab jetzt zwei Medikits. Ich hab noch einen... Ich hab auch... Ich hab drei Medikits, ja. Ich hab noch einen großen Trank übrig. Also ich glaube, wir haben ohne Ende Heilung. Kann das sein? Es gibt noch keine Heilung. Das war Bandaten hier. Jetzt wurde aber geschossen. Ich schieß schon die ganze Zeit. War bestimmt ein verrückter Alter. Den sollten wir killen, ey. Wenn unsere Gruppe hier verrägt. Ich hab zwei große Schildtränke und drei Medikits dabei, Boris. Du kannst mir einen abdrücken. Großen Schildtrank? Ja. Ja, ja. Kann ich. Einen bräuch ich nicht. Was zahlste? Ich hab noch drei kleine. Ich hab ja auch schon großen genommen. Und ich hab auch noch einen großen übrig. Okay, wobei brauchst du nicht. Hast du auch einen gerade gefunden? Ja. Brauch noch. Deswegen steppe ich in den fetten Jeep. Yeah. Scheiß, Disco-Bumme bräuch ich nicht. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Ja, hier ist noch einer. Ja, ich kann die nicht mitnehmen. Ich hab schon zwei. Mehr kann man nicht staken. Mate. Dann lass ich die Bandagen liegen. Wir haben ja sowieso keine Medikits. Ja, wir haben eh ohnehin eine Medikits. Wait, wait, wait. Wait, wait, watch us. Heiße. Wait, wait, watch us. Come with me. Come with me. I'm with me. Nee. Wer schießt denn hier? Warst du in der weißen Hüte hinter der roten? Jo. Da war nix. Warst du grün, bevor du blau warst? Nee, davor war ich schwarz. Nee, ich war aktisch Röder. Nee. Der hat eine tolle Stimme. Ich auch. Nee, der da, David. David, wann sie was geht? Absoluti laggy. Blutti laggy. Der Schüter. Da ist einer, da ist einer. Ja, da läuft so ein weißer Typ. Tödet ihn. Ja, weiß ich, danke. Ist dir überhaupt einer runtergekommen? Ja, wenn du so fragst, ja. Ja, da hinten ist ein Sniper. Na gut, aber hier oben ist noch ein Schlöfi. Mittelerin, die hole ich mir. Guck mal, jetzt ein Schlöfi. Warum schießt die denn? Mittelerin, so. Mittelerin, so. Da tippe ich hinter? Ja, sie schüttet. Der ist unten. Unten im Wasser. Kobe. Einer down. Hab einen geklaut. Nice. Kobe ist back und... Stisselung. Ich hab noch einen großen Schild dran. Und eine blaue M4. Du bist leise. Ihr seid plötzlich so leise. Du bist leise. Du hast uns einfach leise. Kann sich mal einer hier die blaue M4 snaggen? Oder wenn ich dann mal die Tür wieder zu? Hab ich schon wieder einen großen Schild dran. Gut, wenn er keine blaue M4 wollt, hat er Pech. Junge, ich komm. Ja, dann ist er Pech. Kobe war am Stille, ja. Hier ist noch ein Schild dran, Alter. Ja, wie gesagt. Ja, ich hab jetzt auch zwei schon voll. Ja, ich auch. Ich hab sozusagen 300... 500... Ne, 400 HP dabei. Liegt hier noch irgendwas besseres als eine graue M4? Ja, grad lag da war eine blaue. Ja, da liegt eine grüne. Jetzt liegt da, wo... Ja, ich war eine grüne. Okay. Wo warst du? In der kleinen Hüde. Also in der kleinen Hüde, okay. Deswegen steppe ich in an SUV. Den Schild dran nämlich auch nicht. Da kommen doch gleich safe Leute aus Richtung Tomatotown. Oder aus Salty Springs. Die kommen doch jetzt gleich alle hier ans Loot Lake, oder nicht? Die ganzen Bonobos. Da oben ist schon einer. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Was passiert jetzt? Da passiert was? Äh, 75. Hat mich gesehen. Schieß doch. Äh, da sind richtig viele. Rechts auch. Aua. Wow. Alter. Wartet mal. Ja, wartet mal. Wir werden hier schon längst geballert, Mann. Kommen wir erstmal die Schildtränke wieder rein. Sind schon close. Vicky, sind schon close bei dir. Hinter dem Baum, ne? Alter. Was? Wow, wer schießt denn die Schneewelle, Alter? Ja, unser Renn, ne, ist voll. Close, einer bei mir. Jetzt am Baum. Ich kann dir nicht helfen. Ja, meine Mates, wie es aussieht, auch nicht. Er kann auf dich schießen. Kobe kommt. Einer hat einen Hit. Einer hat einen 60er Schild. Der eine ist down, der closest. Ich muss mich auch heilen. Alter, was? Wie sieht der so krass, ey? Der eine drückt richtig gut. Alter, die treffen so gut, ne? Alter, wie viel baut der denn? Jo, okay. Der hat... Alter, ich hab richtig low. Ich bin wieder low, ey. Einer close, jetzt rechts am Baum. Ich hab einen. Ja, der andere ist rechts am Baum. Immer noch am Baum. Geht jetzt wieder zurück. Der Typ ist tot, den. Hab noch einen wieder gesprägt. Ja, der letzte ist bei mir. Der letzte ist bei mir. Der letzte ist tot, links. Oh, alle. Nein. Alter, ey. Ich hab zwei Schild, Digga. Wow, ich hab... Hat noch irgendwer im Mund? Ich hab ein bisschen. Alter, ich hab 200 Leben dabei. Jetzt hab ich einfach null. Das Medikit hab ich übrig. Ich hab zwei dabei. Ich hab 175. Also ich hab zwei Schild. Ich brauch definitiv zumindest Magazin. Trock' mal was, Thomas. Ich hab noch. Ja, warte, gleich. Ja. Wir müssen da kippen. Wir müssen move'n. Scheiß noch drauf. Klingt sohn' Damage. Ja, ich hab Medikit dabei. Er läuft hinter mir eigentlich. Ah, der Med. Oh. Nein! Joder! Thomas, du musst dir gleich gegenhalten, ne? Kann ich so down gehen. Hast du hier noch ein Medikit dabei? Hab nicht mehr, hab ich doch gesagt. Ja, ich hab noch hier. Komm her. Ja. Jetzt wird es closed. Jetzt wird es closed. Da vorne ist die Zone. Immer bei 30 Hallen spätestens. Kev, geh jetzt nicht down. Vor mir sind direkt Gegner, Alter. Ich darf nicht schießen, ey. Direkt closed bei mir ist ein Gegner. Und dort, wo du hinguckst quasi? Genau da vor mir stand der Grad. Ich bin ein bisschen nach rechts abgedrüftet. Jungs. Alter, ich muss so hart durchsprinten grad. Oh mein Gott, der ist hier links. Ja, ich weiß. Ist der immer noch unten? Ja, sind zwei Stück. Ah, ich bin drin. Ja, die werden beschossen gerade. Do I have something? Hier oben bei uns sind auch Gegner. Ja, oben auf dem Berg. Lass links zurück nach der Zone langlaufen, Cap. Die kommt gleich. Wir müssen Gas geben. Wir können jetzt nicht gegen die fighten. Alter, Junge. Jetzt kriegen wir gleich wieder Hartz-Zone-Damage. Scheiße, sind hier überall Gegner, Alter. Ich muss einfach gleich quer drüber laufen. Ja, aber da vorne, die Gegner werden uns safe sehen. Hier vorne ist einer. Den können wir direkt schon mal killen. Ja, der hat uns natürlich jetzt gesehen, oder? Aber einen. Alter, ich bin down, ey. Ich hab den einen. Ey, mit's laufen. Ja. Ich werde auch down gehen. Junge, lauf! Lauf! Run! What the fuck? Run! Alter. Will er mich noch helfen, will er mir noch helfen, ey? Ich hab's doch auslandsehungen. Irgendwer schießt vor mir. Ja, die Links von uns schießen die ganze Zeit auf unseren Mate. Aber die kriegen auch Hartz-Zone-Damage. Aber vor mir sind auch noch welche. Die haben mich gesehen. Die sind direkt links neben dir. Mh, krass. Die muss so hart laufen. Hallo? Thomas, nicht heilen. Die kommen jetzt gleich direkt. Wenn du am Rand der Zone bist, warte direkt auf die. Ja, ich hab aber keinen... Einer down von denen. Der andere baut sich weg. Oh, der in rechts? Ja, immer noch da. Die müssen aber in die Zone. Ah, schon mal Schülte. Down. Beide. Oben auf dem Berg sind welche, glaube ich. Kann man jetzt schlüpfen. Hau dir doch noch einen rein. Aber erst wenn der vorbei ist. Ja, ich bin erst dabei. Ich muss mich erst mal heilen. Ah, ne, kann ich gar nicht. Alles gut. Wenn du dir entschliffen gleich noch bei ihnen aus, bist du dir ein. Hast du Money, Thomas? Ja, warte. Ich hab immer noch keine richtigen Munizier. Danke. Jetzt hau in die rein. Hast du wenigst 50 Schild schon mal. Gehen wir hoch oder was machen wir? Können wir machen. Oh, wir bleiben unten. Lass unten bleiben. Ich hab keine Defense mehr zu bauen. Ich brauche unbedingt auf jeden Fall einen Baum. Ich auch. Ich hab específic ins Server. Ne, jetzt ist es nicht schutzbar. Sitze dich. Sitze dich auf dem Busch. Busch. Wir sind Buschkinder. 3 leute leben noch ja wahrscheinlich die nur auf dem werk er kann schon wieder fünf leute gekillt ja richtig auf feier alter und leute in anführungszeichen zwei durch eine smoke ja ok die zwei die da in der zone die ganze zeit rumgeballert haben die waren natürlich low das war dann easy snacks riechst du was aber den einen den habe ich noch so geil mitgenommen kann ich nur da oben sein oder sie sind klaus auf deiner seite von dem bügel hier die schicke sagte ja auch jetzt close einer er hat uns gesehen er springt mir in die fresse aber ich habe nur lila ich habe eine blaue snipe da ist das auch bei mir auch lila was das gab ja ich habe gleich zwei ich habe einen einmal er gut dass ich so viele in den text dabei hätte dass ich das nicht überlebt ich auch ich habe jetzt immer noch 15 wahrscheinlich hatte drei sind alle darum gegangen durch das zonen wir sind schon zwei da umgegangen hat wegen gefilter haben weil nämlich dreimal oder so ein headshot gegeben hat wir haben da jetzt gerade frisch gebaut ja die sind doch darum wenn wir uns sehen bevor wir um sind sind wieder und bestimmt leichter deswegen glaube ich schön close am berg entlang auch auch noch dritte und riechst du hast ja kräftig auch 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 Ich glaub das sind zwei Leute auf dem Platz Da ist es Da ist es Haben die nichts an Damage abbekommen Zwei hab ich down Nein, ist einer noch oben Jetzt ist er runter Hinter dir Ja ich hatte halt nichts mehr an Leben Ja